Genau! Ja, es ist doch so! Was ist los aber? Jetzt strenge ich mich an. Also vielleicht ein bisschen. Also ich meine, jetzt mache ich vielleicht 20% meiner Leistung zeige ich jetzt. Es regnet, oder? Ja, es regnet. Ach du Scheiße. Wie musst du denn beeindrucken damit jetzt? Schiri! Hahaha, so lang! Hahaha, ich hab wohl geschrien, Alter! Das ist ganz gut! Das ist jetzt doch! Nein! Sagt der? Ich hab wohl geschrien, Alter! Kacke, Mann! Kacke! Alles gut bei dir! Ja, Mann! Alles gut bei dir! Umgetommen! Er sucht Luis Suarez! Nein! Nein! Wie kann er denn den halten, Alter? Klar, mit einem Arm dreht er sich mit dem rechten Hälter dann auch noch anstammt mit dem linken, weißt du? Jaaaa! Alter, jetzt haben beide... Ja, wir sind echt gleich gut, Alter! Ich treffe immer mal ein leeres Tor! Hahaha! Jaaaaa! Das war geil! Das war geil! Kein Tor von dir so... Wie bitte? Guck mal, ich hab Handzeichen gegeben... Guck mal, wie lang das war! Ich hab Handzeichen gegeben, hab ich gesagt... Kollegen, ihr wisst Bescheid! Standardsituation, ihr kennt das ja! Guck mal, der hat noch Hand gemacht! Der hat noch versucht, den wegzumachen! Guck mal, ja, alles klar! Jaaa! Jaaa! Wir gehen einfach so gut weggehauen! Boah, mit dem Tor! Ja, meine Leute wissen Bescheid, weißt du? Standardsituation üben wir halt im Team, weißt du? Nicht so mit deinem Kackverein! Warte mal kurz! Hahaha! Hahaha! Schiri! Wollt schon sagen, Alter! Hahaha! Jaaa! Du bist mit Ellenbogen da reingelaufen! Deine Tricks kennen wir hier! Mit Ellenbogen voran und so, ne? Alles klar! Hab ihn! Ey, du hättest den nicht annehmen müssen! Ich hatte den! Jaaa! Da ist er gut dazwischen gegangen! Ah, muss er den mal so festmachen, ein Stück Scheiße! Ein weiterer Ball auf Karim Benzema! Jaaa! Wie größer! Jaaa! Und jetzt ist der noch heiß! Mal Pause? Äh? Mach ich sofort! Ey, mein Handy klingelt, Alter! Äh, halt! Das ist klar! Das Bällchen ist noch heiß! Handy klingelt, Alter! Mein Handy klingelt, ey, ich hörste schon! Hallo? Ich komm gleich dann! Ja, ich komm dann gleich mal! Jaja, nett! Hat gesagt, ey, Vater ruf mich gleich mal an, dann kann ich das Tor auf den schieben! Das ist der Anruf! Alles ob, Alter! Du musst noch drücken! Ja, guck dir an! In dieser Situation macht er einfach Pause! Er wäre drinnen gewesen! Ja, ja, als ob, Mann! Du hast doch selber... So hin und mich doch gehören! Mah, Schiri! Ja, wir haben hier gezogen und alles, ey! Richtig unfair, sowas! Das ist eine super Vorlage! Ja, korrekt, danke! Na, du kackler! Messi, Alter! Willst du mich erhaschen hier? Da steht immer auf jedem FIFA-Logo drauf und macht dann so einen Kackstoß! Ey, er hat mich abgefeuert! Assi! Ich spiel ja nicht, Counter-Striker! Brauchst mich nicht abballern! Gehen wir nicht auf den Geist, Alter! Was zum? Ja, du! Sau, du! Wie, bitte? Ich hab dich ausgefummelt, hab ich dich! Ausgefummelt! Bam, Junge! Bam! Ja, jetzt... Ich mach halt kurz einen Prozess, ne? 20% Leistungssteigerung und schon geht's ab, hier, ne? Da rappelst du in der Bude! Ohhhh! Ey, warte! Der war nicht an dich! Jerry, warte mal kurz! Das ist er ganz frei durch! Achtung! Und der ist noch! Ja, da würde ich auch groß sein, jetzt fick ich dich! Pass auf! Renn! 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 Sust du das? Erstmal ausgefeuert, so! Gar keine Griffe! Muss raus wechseln! Chili! Hast du gesehen? Hallee, Hallee! Ach du Scheiße! Ohhhh! Du scheiß Lacker! Du scheiß Lacker, man! Hä, wenn du mal ein Tor, der mal abschießt? Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Was macht der da vorne? Alter! Das war es. Ja! Ey, du hast so viel Glück, Alter! Ey, so viel Glück kann man nicht haben. Ja, da hast du das, weil du nicht Kreis drückst, Junge. Weil du nicht Kreis drückst. Drücke Kreis bis zum Unendlichkeit. Ja, ja, immer xxx. Nichts passiert. Ey, da! Den hat er im Augenblick gekostet sehen und lässt ihn dann... Chiri, kannst du mir vertrauen, da ist nichts passiert. Das sieht alles gut da aus, als es ist. Jetzt mal jetzt! Er sucht Luis Suarez. Cristiano Ronaldo. Chiri! Du faulst einfach nur, Alter. Mehr nicht. Mehr als wollen kannst du nicht, Mann. Und dann auch diese Lackschüsse. Er hängt, Mann. Chiri! Guck dir das an! Du kannst nichts, Alter! Wenn es immer... Guck! Guck, du hast wieder Kopfnuss gemacht gegen mich. Guck, du hast wieder gegen Kopfnuss gemacht. Was hab ich gemacht, Alter? Ja, Kopfnuss. Guck. Drück x! Ey, was ist denn, Junge, und so ein Schiedsrichter? Es jag doch ich am Schiedsrichter, Mann. Tschü! Da! Was? Ja, klar. Unfair. Hör jetzt auf! Oh, schade. Er hat verdient gewesen. Ja, vor allem. Alles gut. Hör jetzt auf, Alter. Was denn? Was denn, hä? Was denn, hä? Was denn? Was denn? Der FC Barcelona war ja immer schon Mesker und Klub, also mehr als nur ein Verein, aber während sich dies früher eher auf die Torelle oder gab. Das wird ganz gewendet. Boah, ja klar. Wenn einer das Tor bei Interessern hat. Der Kuppelfinger, Alter. Dreck genug Tore, Eisner. Ja, ja. Ein Dreifstück davon. Hey, ja. Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Standardsituation, der ist drin. Ja, ja, ja. Standardsituation ist drin. Oh nein, was macht der? Alles gut. Hab ihn. Jetzt, du weißt es einfach! Wow! Er war nicht an dich. Und Ivan Reis. Ah, Schicki! Boah, unfair. Unfair! Wie hoch ist das? Freistoß! Ich krieg dein Geil. Ey, nein, Mann! Einmal so ein kleines Ding. Ich bin mir nicht. Wie viele da sofort, Alter. Das war es. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Biss mal, Alter. Aber du auch. Vail. Er sucht hier Cristiano Ronaldo. Sag mal, wo kommt er denn her? Oh! Also, was? Eckstoß? Du hast ihn abgepatcht, du. Das war kein Klassfall. Das war eine klare Sorte. Hast du nicht, dass du ihn gehalten hast? Ach, krass! Ich hab hier noch echt hingekommen. Das hat sich wer nicht von reingesogen. Das hat er gesagt. Gut gemacht, mein Junge. Hast du fein gemacht. Ich dachte, weil du so kacke schießt. Alter, jawoll. Das hat er zwar ab. Gut gemacht, Jiri. Das war direkt abpfeifen. Ey, warum steht er noch so stinkend im Tor? Mit dem Wetter haben die Spieler hier nix am Hut. Sie spielen richtig guten Fußball. Ja, aber wir hoffen, dass es so weitergeht. Aber das ist ein echtes Sauwetter. Das ist ein echtes Sauwetter, da. Das ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Schiri! Ah! Oh, du hast das. Aber das ist gut. Das ist das. Ah, guck mal. Verzweifelter Gegenspieler. Ey, du brauchst immer so lange für Eckbälle. Da schlafe ich immer ein, Mann. Und das hat der Referee vollkommen richtig entschieden. Sehr gut gesehen. Ja, ja, ja. Oh! Hey! Gute Flanke! Hab ihn! Oh! Schiri! Hast du den gesehen? Er wurde voll gefault da drin. Reine Rangelei um den Ball. Wenn es den Mann. Nix passiert. Ah, warte. Der Verwert eines solchen Mega-Vereins wie dem FC Barcelona. So eines solchen Mega-Vereins. ... am Bekanntheitsgrad der einzelnen Spieler. Früher waren das Maradona, Ronaldinho oder auch Ronaldo. ... und heute heißen die Jungs Messi, Xavi, Iniesta. Das sind Fußballer, die man überall auf der Welt kennt. Nanananananana. Okay. Du, nicht meine Zeiten, Scheinlein. Äh, äh, äh. So, da kommt noch mal die verpasste Chance von eben. Alles klar, danke dir. Kein Problem, ich habe keinen Problem. Schiri! Spaß! Ich bin doch voll da. Ja. Und Ivan Rakitic. Boah! Was? Der war drin, Alter! Der war doch unangenehm. Grandios gehalten, ein Augenschmaus? Was? Ja, jetzt eine Flanke. Wenn man jetzt eine Flanke könnte, das wäre so praktisch, ne? Ey, du, du schießt immer nur weg, Alter. Danke. Und du drückst einfach nur X zu mir, weißt du? Ey, ihr Neos, Alter, verpisst euch jetzt. Das gewährt, aber nicht festgehalten. Einwurf jetzt. Hey! Geh mir nicht auf den Geist, Mann. Und Ivan Rakitic. Hab ihn! Was? Das ist Tiano Ronaldo. Du scheiß Krätscher, Alter. Alles auf! Boah! Ey, hörst mal auf, meine Zeit zu bekommen. Fuck you! Wir müssen alle drin sein, Alter. Das ist voll die Scheiße. Also fürs Protokoll, das steht, sag ich mal, 7-1. Wenn das Spiel ja richtig funktionieren würde. Wir laufen sich immer vor wie so Egoisten, Mann. Meine Fresse! Ey, ich geh mir nicht auf den Weg einschauen. Du weißt es einfach immer, Mann. Mein Gott! Ey, jetzt reicht es nicht. So geht er denn nicht rein, die Rotze hier. Also macht er jetzt, Alter. Ja, endlich ein verdientes Tor hier mal wieder. Ole, ole. Ole, ole. Solche Kacks, wir sagen uns nicht. Feier mit mir, Torwart. Feier mit mir. Solche Kacks, wir sagen uns nicht. Bam, 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 bam. Schade. Ja, ja, wir sind ja mal anstrengend, ne? Quatsch. Ja, es werden laufen lassen, weißt du. Ah, unfair. So, ja, hingegen. Ach, zu meinem Tor, danke. Danke. Ja, da ist es halt, wenn man direkt X drückt und nicht guckt, wo man hinpasst. Was? Ist klar, Alter. Ja, von da trifft es eh nicht. Da darf ich schon 10-0 sein. 10-1, okay. Was? Achso. Die verstehen sich blind. Das war es. Ja, abseits. Er kommt da wieder ganz alleine von hinten rausgelaufen. Ey, solche Kacktorwerke. Ich bin froh. Und nun, Riolan Messi. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Was? Diese dreckigen Bots, ne? Ja. Und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und bringt uns locker. Jetzt kann die Flanke kommen. Jerry! Ah! Das ist ein Freistoß. Nah am Tor, aus vielversprechender Position. Die größten Lacktore hast du heute gemacht, ever. Ja, wieder so ein Scheiß, Alter. Ah, Schiri! Ja. Hä? Endlich mal ein Schiri, der Augen im Kopf hat. Endlich. Ey, was? Ich hab gar nichts gemacht. Ja, jetzt sieht man wieder deine brutalen Spielzüge hier. Deine brutalen Spielzüge, die... Hä? Da, guck mal. Ah! Elfmeter! Ah! Oh, das ist scheiße. Also, damit hätten wir einmalig geklärt, ne? Wer bei Co-Op die Schuld hat an unserem Bus. Nee, danach zieht er sich auf Helder. Oh! Wenn du sagst, du willst kein Spiel mehr spielen, bist du... Ach ja, ist klar. Ich zieh dich auch noch, äh... Ich hatte mich um 3 Uhr nachts wecken, Alter. Ich hab eine Stunde geschlafen. Ich komm grad aus dem Tiefschlaf und dann zieh ich sie auch durch den Arsch. Ja, ist klar. Ja, wieder im Abseits steht er da rum. Gar nichts anderes als da rumstehen, weißte. War nicht für dich. War nicht für dich. War nicht für dich. Oh, er war ja gefährlich. Guck mal, unfair Ja, du tust dich einfach ziehen lassen Um Zeit zu schämen Ja, jetzt bin ich auch noch schuld, wenn du mich ziehst Was ist das denn erzählen? Das war geil gemacht Ja, ist so, Alter, breit, ab und geht wieder fast ins Tor Ja, ne, also ich will mal sagen Du hast, sei bitte ehrlich, dass du lang kannst Nein, wie viel zu? Komm ich viele Torchancen nicht hatte, hilfst du mich verarschen? Ich hatte aber 20 Tor schon oder so Ist doch klar, dass da sechs Jahre gegen mich ist Jetzt wirst du sehen, Alter Ich werde dich penetrieren Das ist das entscheidende Spiel Ansonsten steht es unentschieden Okay So, so Ansonsten steht es unentschieden Ja, 1-1 Guck mal, erstmal habe ich hier den Pokal gewonnen